moin moin und herzlich willkommen zurück zu let's play the forest ja der letzten folge haben wir geschafft das ding hier unten fertig zu kriegen die wände und auch angefangen mit der decke hier haben wir wo kann man das sehen hier sechs von 382 haben wir geschafft aber es sieht schon auf jeden fall nach was aus da hinten haben wir auch die ersten baumstämme so als boden und bin gespannt wie das dann am ende aussieht wenn es fertig ist jeden fall aber als erstes müssen wir was essen haben wir warten auf dem inventar nö das heißt wir müssen jetzt eben ganz schnell uns eine schildkröte schnappen und diese treppe irgendwie noch richtig machen fällt mir irgendwie gar nicht wie das aussieht hier wohl wir können das ding wahrscheinlich erlauben wir mal können wir das ding hier mal abreißen weil wir haben ja da hinten fahrstuhl wenn wir jetzt wieder aus hallo aus wenn wir da wieder ausmachen und dann im nächsten mal weil wir ja den fahrstuhl da hinten haben und oben aus das ding mal richtig da ist unser ofen unser kamin haben wir gefunden ja ok jetzt haben wir ja da kümmere ich mich mal in der zukunft rum ja da habe ich jetzt misst gebaut ja da ohnehin ja da ja da ja 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 es regnet wieder geil ganzen wasser vorräte werden wieder aufgefüllt ich glaube vier oder fünf schildkrötenpanzer sind vollkommen reichend für wasser und wasser sammeln da vorne sind schon die ersten schildkröten ja ich weiß wenig energie ja euch interessiert mich gerade nicht oder die da hinten ich will jetzt erstmal nur eine schildkröte nehmen wir sogar zwei schildkröten gibt es ja genug legen wir noch ein bisschen geld rein geld haben wir ja auch genug ja essen ist fertig nice oder sammeln wir noch diese schildkröte ein ja komm hallo gibt doch endlich dann wollen wir noch mal ein bisschen holz sammeln hier wird es reichen euch zwei nehme ich den einen habe ich kaputt gemacht dann fällt er genau neben mir auch hier haben wir noch einen oder müsste hier nicht noch einer sein anscheinend nicht so dann brauchen wir noch einen baum da sind wieder zwei bambis wichser kommen die auf einmal von hinten ja wo sind die jetzt irgend eine übermacht von denen habe ich keine chance und alles im brand setzen dahin will ich jetzt auch nicht oder warte schauen wir mal wo die sind eine dann ich sehe die jetzt nicht nicht mehr hast die uhr einwohner gesehen wenn wir eben erst mal weitermachen wenn die nicht hier sind haben wir jetzt ein zu viel wenn wir da schon mal rüber doch sagen für heute habe ich auch nicht vor viel holz jetzt zu sammeln hatte ich vorhin auch der plan ein bisschen geändert weil der ersten fahrschl runterfahren soll jetzt muss ich gleich erst mal schauen wie wieder hochkomme so hol ich Das kann ja jetzt nicht mehr wirklich da zu sein. Okay, haben wir. Dann würde ich sagen, wir schippern jetzt nochmal eben wieder zurück. Und schauen wir mal, wie wir den Mist, den ich gebaut habe, wieder korrigieren können. Ob dazu ein bisschen entspannte Musik würde gut tun, ne? Ja, das ist gut. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Sieht aber auch einfach geil aus, muss man sagen. Ok, was ist denn los? Ich will hier jetzt nicht runterfallen, hallo? So, kann ich jetzt wahrscheinlich wieder wenden. So, jetzt erstmal überlegen, wie kommen wir da wieder hoch? So, da baue ich hier vielleicht jetzt schon eine Treppe. So, da baue ich hier. So, 18 Holz, 18 Holz brauchen wir dafür wieder. So, da hätten wir vielleicht doch noch einen Baumstamm mehr nehmen sollen. Aber dafür wird das gleich deutlich besser aussehen als vorher. Hoffentlich wird das besser aussehen als vorher. Oh, so ganz überzeugt bin ich jetzt auch nicht. Das sehen wir gleich. So, ich weiß nicht. 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 Baumstämme würden uns noch fehlen. So, ich weiß nicht. 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 Torch, ich weiß nicht. So, das Ding das Ding da. Direkt runter. Wenn ich vor habe, habe die Treppe abzureissen. So, komm. Zwei. Zwei Fleisch. was mit dem wind wieder los erstens fertig so fünf baumstäme die müssen wir uns jetzt eben ganz schnell noch holen so 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 immer diese spannenden losfahrten von mir immer links rechts links rechts da sind sie wieder und wollen wollen wir die uns schnappen so 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 des hier und eben flub nah ihr Rene Galen, ihr da. er ist schon tot Okay. Ehm. Was ist das? wo sind die ich sehe die nicht mehr jetzt sogar schwenderisch mit dem feuer oder wie ist hier noch einer oder sind die abgehauen die sind abgehauen so mir ist kalt weiß ich geld drauf das ding ist leer doch nicht batten scheiß wir sind ganz knochenlösung verloren aber ein baum müsste reichen gleich wo sind sie schon wieder der ist tot dahin sind noch mehr und da ist noch einer ein paar mehr und herr ich nehme es mit euch allen auf jetzt jetzt auch und noch ein snack komm herr Wieso bin ich jetzt auch verpustet? Oh, Wichser. Komm her. Was war's mit der? Boah. Ich würde sagen, sammeln wir die mal eben alle auf. Äh, ja. Das wird eine ordentliche Menge an Knochen geben. Habe ich schon genug, oder wie? So, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und Ciao. 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 r-cookling,ющ piace, cahol,ía verif axial drastung.